Lichtjahre von unserem Universum entfernt liegt das Sonnensystem Irnum. Obwohl die Bewohner dieser Galaxie seit mehreren Dekaden in Frieden und Wohlstand leben, hat man kürzlich Ereignisse beobachtet, die darauf schließen lassen, dass dieses Leben in Zukunft nicht mehr so rosig aussehen wird. Die Regierung des Sternensystems wurde mit der Zeit korrupt und teilnahmslos. Die jungen Anonia werden immer rebellischer und feindseliger. Wahnsinnige und Volltrottel haben die Kontrolle über die Fernsehsender an sich gerissen. Am schlimmsten jedoch ist, dass die lebensspendende Sonne des Planeten Xenon allmählich stirbt. Xenons Lebensgrundlage ist bedroht. Nahrungsmittel gibt es nicht länger im Überfluss. Allein die sich daraus ergebenden atmosphärischen Flutkatastrophen können einer jahrtausendalten Zivilisation schnell ein Ende bereiten. Xenons Wissenschaftler sagen voraus, dass nur bestimmte Insektenarten die folgende Eiszeit überlegen werden. Unter dem Eindruck dieses Dilemmas, etwas zu tun oder zu sterben, machen sich die klügsten Köpfe des Planeten an die Arbeit. Das Ergebnis ist der Entwurf für etwas, das sie den Sternengenerator nennen. Dieser Sternengenerator ist ein Gerät, mit dem man durch Drehen eines leblosen Planeten einen rasenden Feuerball erzeugen kann. Oder umgekehrt. Niemand war sich ganz sicher, der noch nie wirklich getestet worden war. Xenon, hier Forschungsschiff Arcada. Sie haben die Arbeiten am Sternengenerator beendet. Wir bitten um Landererlaubnis. Sie haben die Arbeiten am Sternengenerator beendet. Sie haben die Arbeiten am Sternengenerator beendet. Was zum Teufel war das? Was kann da passiert sein? Oh mein Gott! Eine Leiche! Was ist denn hier los? Nein! Noch eine Leiche! Mein Gott! Oh mein Gott! Das darf nicht wahr sein! Das kann nicht sein! Steve! Steve! Wach doch auf! Sag doch was! Ich kann das nicht glauben! Was kann denn hier nur passiert sein? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Mein Gott, was soll ich jetzt machen? Was war das? Hoffentlich finden die mich nicht. Wenn die mich finden, werden die mich auch rumbringen. Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung! Selbstzerstörung! In 10 Minuten! Es wird keine weitere Warnung geben! Selbstzerstörung? Oh nein! Ich muss zusehen, dass ich hier rauskomme! Es gibt nur eine Möglichkeit, das Rettungsschiff. Ich muss mich beeilen. Ich muss es riskieren. Schnell weg hier. Schnell weg. Dann suchen Sie ihn sofort. 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 Ich habe es geschafft. Ein Raumhafen. Dann suchen Sie ihn sofort. 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 Was seh ich denn da? Das kann mir weiterhelfen. Das ist meine einzige Chance. Ich muss die Wachen ausschalten. Hier, nimm das! Vonauen mich! Vonauen wir mit mir! unvergültlichen Whisper! Es ist schön, Was! Aber... Was ist die drive? Es ist dieu Teufel! Sie sind ge Advisigt! Es ist dieu Teufel! Als identitiesバイionen, auteinanderzahe! Wenn ihr damit ein Malope und neben seid... Jaaar! Hiyaa! Unser Sterngenerator. Keine Bewegung! Lürft die Ferne denominen, sofort! Wird's bald! Hast es nicht anders gewollt. Nein! Oh, war das knapp in letzter Sekunde. Mein Gott. So, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich den ganzen Laden hier hochgehen lassen. So, kann nichts mehr passieren. Schnell weg hier. Verdammt! Der Fluchtweg ist versperrt! Oh nein! Schnell weg! Mach schon, mach schon! Raus hier! Mach schon, mach schon! Wir sind Ihnen zu größten Dank verpflichtet. Sie haben Xenon vor einer Katastrophe bewahrt. Sie haben uns das Leben gerettet. Hiermit ernennen wir Sie zum Ehrenbürger. Das war wirklich sehr mutig von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Sie haben Ihr Leben riskiert, um uns alle zu retten. Wir können Ihnen gar nicht genug danken. Xenon ist recht schuld auf Sie. Danke, Leute. Vielen Dank, liebe Bürger von Xenon. Ich bin sehr gerührt. Es erhält mich, diesen Preis überreicht zu bekommen. Vielen Dank. Danke. Xenon ist nun gerettet. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch alles anders. Während die Bürger von Xenon schön am Feiern sind, brodelt es im Weltall heftig. Eins ist somit sicher. Roger Wilkos Abenteuer ist noch nicht zu Ende.